Hallo! Analysieren wir den letzten Beleg dieser Reihe. Los geht's! Es ist ein Kontoauszug der VR-Bank Nord für das Bankkonto der Filiale. Also ein Kontoauszug der Bank. Dahinter versteckt sich der Geschäftsvorfall, dass Ihr Kunde Tourismusförderung Angel in GmbH die an ihn verkauften 20 Lenovo Notebooks bezahlt hat. Was ist hier wertmäßig passiert? Die Bank, damit das Vermögen, haben einen Wertezufluss in Höhe von 7472,01 Euro. Gleichzeitig haben wir einen Werteabfluss beim Vermögen, also den Forderungen in gleicher Höhe. Was ist bei diesen Werteströmen buchhalterisch passiert? Ergänzen wir unsere grafische Darstellung. Das Vermögen hat in seiner Position Bank einen Wertezufluss in Höhe von 7472,01 Euro. Und gleichzeitig einen Wertezufluss in gleicher Höhe in seiner Position Forderungen. Sehr schön! Ich freue mich, denn Sie haben erfolgreich diese Belege analysiert. In den folgenden Übungen werden Sie diese Fähigkeiten vertiefen können. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Mitarbeit. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank! Dann prüfen Sie das